Die Grafik ist, ich sag's mal so zum Kotzen, ist jetzt nichts gegen GTA oder so, die Grafik ist echt das unterste, wie man das ja schon sieht hier, so die Fenster oder auch wie die Blumen hier einfach reingeklebt worden sind praktisch, und das Gras und ach alles, man könnte hier alles bemängeln, ähm, aber, und ich mein GTA 4 und alles, das ist jetzt alles viel, viel fortgeschritten, aber GTA hat San Andreas Spiel immer noch 300 Leute pro Tag hier auf dem Server, jetzt sind wir sogar 360. Und, ja, also, faszinierend. Ui. Ach, stimmt, man muss ja Licht anhaben. Und dort. Ach, die. Gras. Die Affen, wenn man die, ja, kann man auch nicht mehr. Die Affen, wenn man sie so nennen darf. Jetzt werden alle, alle Gorillaz, die mich abonniert haben, wieder die, ich weiß. Mir egal. Und tschüss. Wer kommt da denn dann getreift? Tom Wayne. Halt, Tom, halt. 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 Vielen Dank. Oh, ich muss Radio ausstellen, weil sonst... Kann die GEMA ja wieder anschlagen und was gegen mein Video haben? Bam. Also das ist YouTuber nicht selber, sondern die GEMA, die irgendwas mit ihren Urheberrechtsansprüchen haben, bla 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 bla. Wenigstens zeigt einer Verständnis. 716 Fische. Ja, genau. So. Auto steht da noch, das ist gut so. So, ich muss jetzt irgendwie Geld verbraten. Soll ich in... Ach, ich, 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 ich... Ich spende einfach was an die... An den Staat. Genau, ich gehe einfach zur Bank, heb da Geld ab und spende was. Jeden Tag eine gute Tat. Dann hätte ich die für diesen Tag erledigt. Ist schon schlimm, wenn man 15.000 Dollar, ähm... Och Mann! Geld verlieren muss, um, äh... sich sein Level abbezahlen zu lassen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt schon komisch, aber hör auf, mich zu Rampart am Scheiße, geh weg! Hau ab, hau ab, hau ab! Hau ab, hau ab! Tschüss! So. Da wären wir. Also, gesamt haben wir, wie gesagt, 15.000, ähm, zu viel. Also, 13.836, 13.836, 18.836, so. Normalerweise dürften wir jetzt kein, dürften wir jetzt genau 500.000 gesamt, ja, haben wir richtig, richtig gut, richtig gut. Gut, auf zur, auf zum BM-Berg. Hier oben. Mucke geht ab. Hau doch mal ab da. So, auf zum BM-Berg. Ups, meine Tasse durch. Also, auf zum BM-Berg, zum dritten Mal. In der Hoffnung, oh, dass der Payday gleich kommt und wir die erforderliche Anzahl an, äh... und die erforderliche Anzahl an Respektpunkten dann haben. Allerdings kann man das Wort Respektpunkte ja eigentlich auch in Spielstunden oder so umändern. Hier steht ein Bike. Also, ich wollte ja sowieso nur diese eine Stunde aufnehmen. So, dass ich dann halt Level 3 habe und so. Und wieder Werbung schalten kann und so. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein Premium-Account. und so jemanden anwerben, der dann halt auch so ein bisschen spielt. Oh. Kann jemand hier? Hm. Der dann auch so ein bisschen spielt und... Naja... Dann mal sie. Irgendwann lässt sich das sicherlich... Irgendwann lässt sich das sicherlich organisieren, dass man ein Premium-Account kriegt. Man, oh Mensch, du ey. Wir sind Müllmann. Ein Verbrechen. Drei Tode. 484... Äh... 64.000 Dollar aufbewahrung. Erstmal die Regierung anrufen. Ach nee, ich darf ja nicht... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich rufe ihn mal an. Zwei... Zwei... 2396. Oh, und er hat sein Handy raus, ey. Hm. Oh. Ne. Habe ich die falsche Nummer eingegeben? Vielleicht? 2396. 2, 3, 9 Ja, war richtig Carl 1, 3, 3, 7, 1 Na also